So, da unten ist die Beach. Da müssen wir jetzt irgendwie hin. Ja, es ist wirklich ein echt schöner Strand. Das ist aber anderthalb Kilometer lang. Toller Sand. Echt starker Strand. Wenn du mit Blut kommst, dann verschwindet der Strand mindestens zu zwei Dritten. Das ist mir damals schon ein bisschen aufgefallen. Wir sind hier am Pazifik und offensichtlich ist hier die Zeiten relativ hoch. So, das ist jetzt heute unser letzter Tag in Costa Rica. Wir freuen uns also jetzt auch tatsächlich, wenn die Reise zu Ende geht. Und wir einfach mal für uns ein bisschen sein können und ein bisschen mehr Luxus haben. Das ist ein bisschen viel Höchst. Das ist ja sie. Das ist sie. Das war's für heute. 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 Ich hab gedacht...